unten im wohnzimmer ich denke man sucht was anderes in letzter zeit sind wir mit ihm immer sein quicci das liegt hier ich denke man davon sagt es Nando und sein quicci die kleine kleine Ratte und die sagen auch wiedersehen der hat auch mal zu tun jetzt und er ärgert mich immer ja und tschüss